Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Die nächste Episode meiner VR und AR-Wickel-Lidios. Wir sind in Kalenderwoche 37 2023. Vom Wetter ist es okay. Ja, es ist tatsächlich okay. Also es hat hier tatsächlich auch viel geschüttet, geblitzt, gedonnert und weiß der Geier was. Und das ist ja eher so meins, wenn es nicht so heiß ist. Also das waren jetzt hier vielleicht so 18 bis 22 Grad. Das passt. Ja, also da kann ich auch zocken, da kann ich auch VR machen. Ja, so sieht es aus. Also, ich vergesse immer, um was es geht, wenn ich über das Wetter gesprochen habe. Die Weekly News natürlich. Die Weekly News. Alles zum Thema VR und AR-Ware, Spiele, Releases und Sales. Danke meinen Sponsoren. Woodcast VR, Open Events and Virtual Escape. News zu Big Screen Beyond, Leute. Und zwar geht es jetzt langsam so los an den Versand. Und zwar erstmal in den USA. Ja, da wird es verschickt. Und bald im vierten Quartal soll das dann auch international verschickt werden. Also, so lange müssen wir nicht mehr warten, bis das hier auch in Europa dann ankommt. Und ich kann euch sagen, die Brille ist wirklich toll. Also, wenn ihr die bestellt habt, dann könnt ihr euch auf was Schönes freuen. Die ist so leicht, dass du im Prinzip gar nicht merkst, dass du eine VR-Brille anhast. Das ist schon echt heftig. Tolle Brille. Das Einzige, was mich daran wirklich stört, warum ich auch nicht immer damit aufnehme, ist, weil es halt einfach kein Audio gibt. Und ich mag einfach nicht diese Kopfhörer. Und ich will halt sowas haben wie die Index oder sowas. Oder mir reichen auch schon wie bei der Quest die integrierten Schlitze. Hauptsache irgendwas Integriertes, wo man Sound hört. Ich bin ja da nicht anspruchsvoll. Deswegen, mich nervt das, dass da gar nichts an Sound drin ist. Und so eine eigene Lösung, wo du dann wieder irgendwie Bluetooth oder dann irgendwie Klinkenstecker und dann mit einem USB-C Adapter, das ist nichts für mich. Aber ansonsten ist die Brille wirklich super geil. Und es soll ja auch irgendwann ein Audio-Strap geben dafür. Da bin ich mal gespannt. Ja, also, wenn euch die Brille interessiert, unter dem Video findet ihr den Link. Dann könnt ihr darüber gehen und mich ein bisschen supporten. Würde mich richtig freuen. Und dann geht es auch bald los. Ja, es gibt ein App-Update für die MetaQuest. Und zwar Version 57. Und da haben wir die folgenden Neuerungen. Wir können den Avatar ein bisschen mehr individualisieren. Zum Beispiel ein bisschen Make-up, Gesichtsmalerei, die Hautfarbe und Augenbrauen und Haare und so. Da sind jetzt mehr Optionen zur Verfügung. Ja, Beine haben wir ja auch, wie wir gelernt haben. Und dann, das ist eigentlich nur eine Namensänderung, diese Explorer-Funktion heißt jetzt nicht mehr Explorer, sondern Horizon-Feed. Damit will Meta wahrscheinlich das Thema Horizon ein bisschen bewerben. Ja, es ist ja, was mich total ankotzt, dass es immer noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Ja, also, warum machen die es nicht einfach mal? Es ist ja auch zum Beispiel, in Spanien oder England ist es ja auch verfügbar. Dann sollen sie es doch hier auch mal bringen. Ich würde es so gerne mal ausprobieren. Aber dieser ganze Aufwand da mit VPN und den ganzen Kram, weil du musst ja auch die Quest über VPN laufen lassen. Dann musst du das wieder in den Router und weiß der Geier. Das ist nervig. So, und dann gibt es noch, da haben sie die, für die Mixed-Reality-Apps, wo man ja die eigene Umgebung sowieso schon sieht, da brauchen wir ja keine Boundaries mehr. Also diesen Guardian, wo man normalerweise in VR, damit man nicht gegen die Wand läuft, das haben sie jetzt auch abgeschafft für einige Mixed-Reality-Apps. Ja, interessantes, kleines Update. Das iPhone 15 ist ja jetzt angekündigt worden und eine Version davon, und zwar das iPhone 15 Pro, kann tatsächlich räumliche Videos aufnehmen. Ja, das ist ja logischerweise in der Hinsicht, dass das dann mit der Apple Vision Pro geschaut werden kann. Die Frage ist natürlich jetzt, wird das wirklich räumlich sein oder einfach nur 3D-Content? Also es wäre natürlich richtig geil, wenn da irgendwie so ein Tiefensensor drin ist, wo man dann irgendwie wirklich so räumliche Aufnahmen machen könnte, wo man sich dann später in der Brille drin bewegen könnte. Das wäre aber wirklich fast schon eine Nummer zu krass. Da bin ich mal gespannt. Auf der anderen Seite, das iPhone 15 Pro ist natürlich sehr, sehr teuer. Also vielleicht haben sie so eine Funktion drin. Müsste man mal schauen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie dann letztendlich die Videos auch aussehen mit der Apple Vision Pro. Also die Brille an sich kann ja auch schon diese räumlichen Videos aufnehmen. Und das iPhone 15 Pro kann es jetzt halt auch. Laut dem Chef von Apple, Tim Cook, kommt die Apple Vision Pro pünktlich nächstes Jahr, also quasi am Anfang von nächstem Jahr. Also man hat ja gemunkelt, weil es ein bisschen schwierig ist, das Produzieren zu produzieren. Und einige Teile sind schwierig zu bauen und so wird das verzögert. Aber nein, es soll wirklich Anfang 2024 kommen. Allerdings in einem langsamen Rollout. Und zum Beispiel kannst du das nicht einfach irgendwie bei Amazon oder bei irgendwelchen Drittanbietern kaufen, sondern nur über die Apple Webseite und im Apple Store. Und es soll auch in den Apple Stores extra eine Umgebung geben, wo man das dann zocken kann, wo man das dann ausprobieren kann. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das hier in Deutschland dann auch kommt. Angeblich schon, ja. Und ja, wir werden das sehen. Also, seid gespannt. Von Fast Travel Games kommt ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das nennt sich Mannequin. Und zwar ist das ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Und zwar, wir spielen quasi Agenten gegen Aliens. Und die Aliens können sich aber als Menschen tarnen in so einer Pose, die... Also, die ganze Welt steht quasi still und überall stehen so Figuren, die sind in so einer Pose, die bewegen sich nicht, ja. Und ein paar davon sind auch Aliens. Und die müssen wir töten. Und die müssen uns daran hindern, solche Punkte einzunehmen. Und das ist wirklich cool. Ich konnte das Spiel tatsächlich schon in einem sehr frühen Zustand spielen, auf der Gamescom. Und die Idee ist super geil. Und das sah auch richtig abgefahren aus. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze soll 2024 erscheinen für die Quest 2, Quest 3, Playstation VR 2 und Steam VR. Richtig geil, ne? Alpico steht jetzt nichts da. Ich hoffe, das kommt da auch noch. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein super interessantes Multiplayer-Spiel freuen. Mannequin. Eine Neuigkeit von dem State of Play Showcase von Sony und Playstation ist, dass es eine Playstation VR 2 Version geben wird von dem Resident Evil 4 Remake von 2023. Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Das soll irgendwann im Winter kommen. Genaues Datum ist noch nicht bekannt. Aber dann können wir auch endlich Resident Evil 4 Remake auf der Playstation VR 2 spielen. Da gehe ich mal von aus, dass das nochmal eine Ecke geiler aussehen wird. Und Resident Evil ist halt Resident Evil, ne? Fans davon werden das sicher sehr, sehr feiern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ghostbusters Rise of the Ghost Lords. Darüber wurde ja auch schon im Gaming Showcase von Meta berichtet, wo ich ja auch live dabei war. Ja, und jetzt auch im State of Play von Playstation gab es die Info, dass das Spiel am 26. Oktober 2023 erscheint. Also gar nicht mehr so lange. Ja, und da können wir das dann auch wahrscheinlich schon auf der Quest 3 zocken. Ja, richtig geil. Und aber auch auf der Playstation VR 2 soll es auch erscheinen. Und man kann das jetzt schon vorbestellen. Allerdings, der Preis ist saftig. 55 Euro. Und da hoffe ich natürlich, dass das auch ein längeres Spiel ist. Und nicht so eine Erfahrung, die nach zwei Stunden vorbei ist. Da bin ich mal gespannt. So, die ersten Trailer sind ja schon sehr, sehr interessant. Das ist da so Fallenschmeißen, ne? Und im Multiplayer. Bin sehr gespannt. Ja, endlich Updates zur Pimax Crystal. Und zwar, wenn ihr die Brille habt und schließt die an, dann könnt ihr endlich jetzt ein Firmware-Update runterladen. Und dann ist Eye-Tracking endlich aktiviert. Und der Standalone-Modus. Das Eye-Tracking ist natürlich vor allem auch interessant, um das automatische IPD einzustellen. Um zum Beispiel in VR-Chat können die Avatare sich synchron mit euren eigenen Augen bewegen. Und für einige Spiele gibt es dann noch Dynamic-Forviated Rendering. Das habe ich ja auch schon ausprobiert im Flugsimulator zum Beispiel. Da ist das auch mit drin. Und das wird natürlich in immer mehr Spiele integriert. Und der Standalone-Modus, der ist jetzt auch verfügbar. In der Brille ist ja auch noch ein Prozessor drin. Der gleiche wie bei der Quest-Zone, der Pico 4. Und im Moment ist der Store, wie ich nichts anderes erwartet hätte, relativ klein. Es gibt acht Spiele, die wahrscheinlich niemanden vom Hocker hauen werden. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass da auch gute Spiele kommen. Aber ich muss es nochmal sagen, ich weiß nicht, wer diese Entscheidung getroffen hat. Das ist natürlich völliger Mumpitz. Und ich habe die so schon angefläht. Macht bitte eine Pimax Crystal Light oder eine Pimax Crystal Pure oder sowas. Mehrfach habe ich denen das geschrieben. Eine Brille, die dann leichter ist, günstiger und keine Batterie und auch keinen Standalone-Modus hat. Also das wäre schon geil. Aber schauen wir mal. Vielleicht passiert ja noch irgendein Wunder. Trotzdem, Leute, das Headset ist so, wie es ist. Trotzdem sehr, sehr geil. Es macht wirklich Bock, damit zu zocken, weil das so gut aussieht. Und letztendlich kannst du auch endlich Lighthouse-Tracking dann. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse an diesem Headset habt, unter dem Video findet ihr den Link. Wenn ihr da drüber geht und den Code Voodoo.de klein eingeht, kriegt ihr nochmal immerhin 20 Dollar Rabatt. Why not? Also, die Pimax Crystal hat ein Update. Ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Im Internet kursieren so viele Gerüchte über eine kommende VR-Brille von Valve. Valve, ob die jetzt Valve Index 2 heißt oder weiß der Geier wie, ist unbekannt. Aber es ist Fakt, das ist ja von Valve selber bestätigt worden, dass sie an einem neuen Headset arbeiten. Ja, also vielleicht machen sie ja wieder während der Vorstellung der Quest 3, während der Connect, lassen sie dann die Bombe platzen. So wie letztes Mal. Das war ja schon cool, ne? Wie krass das war. Warum nicht, ne? Kann ja sein. So, und jetzt hat aber der Sadley, jetzt Bradley, der guckt ja immer überall rein, so ein Data, mit einer Horde von Data Minern. Und die haben jetzt wieder was rausgefunden. Und zwar könnte es sein, dass es vielleicht eine Art PC-Hardware-Konsole gibt für dieses Headset. Ja, weil es gibt nämlich verschiedene Codenamen, zum Beispiel der Steam Deck hieß ja Jupiter und jetzt haben sie da ja so was Älteres gefunden. Van Gogh hieß das ja, was aber noch nie erschienen ist. Und da vermuten sie jetzt, dass dieses Ding zusätzlich zu der Index 2 oder wie es auch immer heißt, dann quasi eine Konsole ist, wo wir diese Brille drüber betreiben können. Ja, also wissen wir nicht, hier so was wäre das dann, so ein Gerät. Das könnte natürlich interessant sein, aber, boah, was denkt ihr? Was denkt ihr? Oder ist es vielleicht sogar eine Standalone-Brille? Oder ist es so was wie die Pimax Crystal, wo eine CPU mit drin ist, die man im Standalone-Modus benutzen kann und an den PC anschließen kann? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, da werden die meisten dann wieder frustriert sein, weil ich glaube, 99% der Leute, die eine Index 2 haben wollen, brauchen keinen Standalone-Modus. Man kauft so eine High-End-Brille nicht, um da drauf kleine Casual-Wave-Shooter zu zocken. Ist meine Meinung, ja. Und man dann auch einen höheren Preis und mehr Gewicht hat. Also ich glaube, die meisten erwarten ein PC-VR-Headset mit höherer Auflösung, mehr Komfort und all so ein Zeug, ja. Bin ich mal gespannt. Was denkt ihr? Was denkt ihr, was jetzt bald von Valve kommt? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und dann schauen wir uns mal die Releases an diese Woche. Auf Steam haben wir Lovequest wie alles eine Dating-Simulation. Habe ich schon angezockt. Ja, ihr guckt euch das Video einfach selber an. Also ich sage mal so, die Damen sind echt hübsch. Dann das zweite, Urbo. Das ist ein Städtebauspiel. Sieht echt interessant aus. Da werde ich mal gucken, dass ich den Zugang bekomme, um euch das zu zeigen. Dann Crimen, Crimen, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist ein Piraten-Action-Spiel. Wir haben Säbel, wir haben Knarren und all so ein Zeug, sind auf Schiffen unterwegs. Dann haben wir Gasslers, das habe ich auf meinem Kanal schon gezeigt. Es ist zwar auch ein Wave-Shooter, aber im Rogue-Light-Stil. Ja, und tatsächlich, wenn ihr auf so Spiele steht, das hat Spaß gemacht, ist motivierend. Ja, muss man doch ganz ehrlich sagen. Dann das nächste ist Behind the Frame. Das habe ich auch auf meinem Kanal gezeigt. Das ist ein Puzzle-Abenteuer aus der Sicht einer Künstlerin. Und das Spiel ist so schlecht gemacht, kriege ich die Krise. Spart euch das. Dance-Dash ist eine Tanz-Simulation, wo wir wieder im Rhythmus der Musik tanzen müssen. Dann auf der Quest haben wir auch Behind the Frame, auch Gasslers. Dann auf der Playstation VR 2 haben wir Down and Out, habe ich auf meinem Kanal gezeigt. So ziemlich das schlechteste Spiel, was ich in letzter Zeit gezockt habe. Völliger Schwachsinn. Du läufst durch die Straßen und haust irgendwelchen Leuten auf die Mütze, was sich erstens scheiße anfühlt und unfassbar scheiße aussieht. Also grauenvolles Spiel. Nicht mal für 50 Euro würde ich das zwei Stunden zocken. Behind the Frame, das schönste Bild auch auf der Playstation VR 2. Dann habe ich wieder die E-Mail von Pico bekommen. Wir haben auch Gasslers, Swordsman, Ultimate Air Hockey, Oregon Quarter, ein super tolles Horrorspiel, Cloud Mind Tour und Fighting Cop. So sieht es aus. Das waren die Releases diese Woche. Und schauen wir uns noch die Sales diese Woche an. Auf Steam gibt es das beste VR-Spiel, was jemals erschienen ist, in meiner Meinung. Half-Life Alyx gibt es 66% günstiger. Wer das noch nicht hat, finde ich, kann eigentlich nicht sein. Wenn ihr eine VR-Brille habt, ist das Pflicht. Paper Beast, super tolles Abenteuerspiel. Auch chillig, 65%. The Morrigan ist ein sehr schönes Rollenspiel in düsteren Umgebungen. Hat mir gut gefallen, 75% günstiger. Dance Collider, natürlich eine Tanz-Simulation, 75% günstiger. Und auf der Playstation VR 2, Cave Digger 2, 50% günstiger. Und Seeker My Shadow ist auch ein schönes, knuffiges Abenteuerspiel, 50% günstiger. Dann haben wir auf der Pico ein Moss-Bundle. Also man kriegt es entweder im Paket oder einzeln. Die beiden Spiele 30% günstiger. Und es gibt auch ein Giveaway. Dafür müsst ihr dem Discord beitreten von Moss. Und eins von den Spielen in eurem Pico-Account haben. Und auf den Post reagieren, welcher dann jetzt live gehen wird. Und die Gewinner werden am 29.09. bekannt gegeben. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann gibt es nochmal 30% Rabatt auf die Spiele Demeo, Escape Room, Gone Man, Red Matter, The Exorcist Legion VR und War of Wizards. Ja, so sieht es aus Leute. Das waren die Weekly News diese Woche. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.